ich habe mir eine drohde zugelegt und es macht unglaublich viel spaß ich bin aber ganz 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 eine schlechte fliegerin das sage ich jetzt schon aber ich habe eine luftballon challenge gemacht hier in meinem raum und auch ein bisschen außerhalb aber seht einfach selbst viel spaß ich würde mal sagen wir starten hier ok und dann gibt es auf jeden fall hier ein ballonchen und dann natürlich im pc dann einmal hier und dann noch einmal da und dann sind wir wieder bleibt bitte luftballons gut ich würde sagen wir fangen an mit der challenge so gott 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 nicht so schnell das ist vorne auf jeden fall nein du sollst hochkommen komm hoch ja nein nein vorne ich glaube zwar ich fliegt die tone tatsächlich falsch aber zack erster luftballon sehr gut jetzt wieder hoch nicht zu doll hoch ein bisschen hoch einfach nur nach vorne ganz vorsichtig und jetzt wieder runter oh gott das ist gar nicht so einfach hier und ich habe ihn erwischt ok jetzt müssen wir nicht hoch doch nicht doch und das so dort doch jetzt ein ein bisschen runter oh gott oh gott ja und jetzt ok der grüne hier also jetzt habe ich es im griff jetzt habe ich es im griff ok sehr gut dann geht es hier einmal raus hoch jawohl jawohl dann geht es noch ein bisschen höher nicht zu hoch nicht zu hoch nicht zu hoch nicht zu hoch kommt runter komm runter nicht oh gott ok jetzt ein bisschen hoch ok das das übt alles noch ein bisschen an tränen aber langsam kommt es wieder runter nicht einmal drehen hier jetzt 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 lustig leute jetzt lustig ok also nicht zu hoch nicht zu hoch nicht zu hoch nicht zu hoch nicht zu tief nicht zu tief nicht zu tief nicht zu tief nein ok komm zurück kommen zurück jetzt hoch jetzt dann der hier hoch ok ok aber ich habe ihn berühmt ich habe ihn auf jeden fall berühmt so jetzt wieder runter und runter und einfach nur runter geradeaus so jetzt drehen und hoch und jetzt zu mir ein bisschen runter ja nicht hoch einfach zu mir kommen einfach zu mir kommen jetzt 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 ja sehr gut erchester hopth的 jetzt war so doch jetzt ja falsch morgen du musst hohu hohu stoppco stopp 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 und das Stopp geradeaus. So, und jetzt nach vorne. Hoch. Stopp, 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 stopp. So, jetzt rein. Gott, wenn meine Nachbarin kommt, sehen, was mache ich hier? Ja, interessant, ich weiß es auch nicht. So, jetzt aber komm. Hoch. Und da. Nein. Gott, ist das schwierig. Stopp, stopp. So, jetzt bitte drehen und nach vorne. Nach vorne. Okay, dann halt so. Jetzt ein bisschen hoch. Stopp. So, und jetzt runter. Oh Gott, das ist schwierig. Ja, aber jetzt habe ich ihn. Okay. Ei, ei, ei. Und wieder hoch. Ja, ja, ein bisschen hoch. Drehen, drehen, drehen. Und wieder runter. Und jetzt, yes. Genau, jetzt noch ein bisschen runter. Einfach nur runter, nicht drehen. So, stopp, 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 stopp. Runter, runter, nicht drehen. Einfach nur, oh Gott, ist das schwierig, Leute. So, dann kommen wir ein bisschen nach vorne und jetzt hoch. Zack. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So, jetzt aber. Jetzt einfach nur runter. Runter, runter, kommt. Sehr gut. Und dann wieder runter. Runter, 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 runter. Und geradeaus. Also ich glaube am Anfang war ich ein bisschen besser wie jetzt. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr hin. Oh mein Gott, schneller, 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 schneller. Schnell. Okay. Nein, 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 zurück, zurück, zurück. Also es ist wirklich nicht einfach, Leute. Ich stelle mich auch dumm an, aber es ist wirklich auch nicht einfach. So, jetzt. So, jetzt vielleicht. Bisschen hoch. Yes. Okay, kommt, das war doch gut. Nicht, das Deck geht immer viel zu schnell hoch. So. Toilette haben wir. Ihr wisst ja, ich drehe in mein Badezimmer. Nicht in die Toilette. Oh, okay. Runter und nach vorne, so. Okay. Wow. Wie viele Minuten brauche ich für das? Krass. Nein, du musst zuerst den Luftballon hier nehmen. Ja, 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 ja. Okay, ja gut. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Fehler in meiner Challenge. Aber es ist okay. Ich habe die Challenge gemacht und das ist absolut okay, was ich jetzt gemacht habe. Du musst jetzt rechts und hoch. Also, da ist gar keiner mehr. Stopp, 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 stopp. Du musst jetzt einfach nur geradeaus. Jawohl. Also, ein bisschen hoch und ein bisschen nach rechts. Und jetzt wieder runter. Ja. Dann wieder weiter, 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 ein bisschen hoch. Oh Gott, das ist schwierig. Ich kriege die Krise. Nein, nicht zu den Schuhen. Hoch. Stopp, stopp, stopp. Ja, genau. Und jetzt geradeaus. Ein bisschen hoch. Oh Gott, ein bisschen hoch. Funktionierend ruhen werde ich so schlimm. Dann sollte ich mir vielleicht doch keine zulegen. So, jetzt aber. Komm, hoch, hoch. Einfach nur hoch. Hier. Und runter. Naja, das dreht sich hier immer so krass. Das ist das Problem. Es ist richtig schwierig. Einfach nur hoch. Hoch, 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 hoch. Und dann wieder runter. Und dann darüber. Jawohl. Und dann nochmals hier. Jawohl, jetzt habe ich es doch. Okay, wie komme ich zu dem Luftballon? Eigentlich hätte er hier sein sollen. Naja, da du eine super Throne bist, kommst du auch durch die Wände bei mir. Also, dann einmal hoch. Stopp, stopp, stopp. Geradeaus, geradeaus. Ein bisschen rüber. Jawohl. Jetzt ein bisschen hoch. Und ich komme. Yes. Und wieder zurück an den Start. Oh Gott, Leute. Ich habe es geschafft. Bald. Also, nee. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, die Landung. Okay, wir versuchen schön hier auf dem Platz hier zu landen. Jawohl. Runter. Ein bisschen nach hinten. Jawohl. Runter, runter, runter. Ich habe es geschafft, die Ballon-Challenge. Okay, ich war nicht sehr gut, aber es macht Spaß. Man muss nur ein bisschen trainieren und wissen, dass die ganz knifflig hier ist. Also, wenn man nur ein bisschen hier sich bewegt, dann dreht die sich schon. Ja, Leute. Holt euch diese App. Ich glaube, sie war sogar kostenlos. Also, macht das. Es macht Spaß. Es macht Luftballon-Challenges. Man sieht sie.